Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Sebastian Dillinger von Remax Living Immobilien aus München. Ich darf Ihnen heute eine unserer Leistungen vorstellen, wie wir Ihre Immobilie optimal vermarkten. Heute geht es um Homestaging. Um was? Um Homestaging? Vielleicht wundern Sie sich, warum es hier aussieht wie auf einer Baustelle. Aber das hat seinen Sinn. Denn wir befinden uns hier in einer sehr schönen, aber leeren Wohnung. Diese wird jetzt gleich möbliert und dadurch erzielen wir einen besseren Verkaufspreis. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Sieht das nicht viel besser aus als ein Lederraum? Genau. Und darum betreiben wir diesen Aufwand für Sie. Ihr Sebastian Dillinger